ja hallöchen leute willkommen zurück bei mir und natürlich kuschel dem demon hunter und weiter geht es jetzt hier ach nice ja genau hier am besten in den portalen 500 stück ist immer noch das ziel natürlich ganz klar mit dem charakter nicht schaffen bevor der schul sind sich erreicht aber egal ich habe noch ein paar andere wie ich hier bespielen kann muss soll für die vier sechs charakterklassen aufschuhe sitze ich ja deswegen machen wir das einfach mal hier mal nochmal weil ich jetzt gerade natürlich hier überlegen bin ob ich hier nicht einfach das spiel dann doch noch mal probieren mit verlassenen neuen scheuen das ist natürlich hier wobei dem schneller geht wenn ich einfach nur das hier mache und man sieht es ja auch gerade eben schon an den drop ne das war natürlich schon mal epic ist natürlich auch nicht schlecht nach genau richtig das wollte ich ja kacke geschenkt er kann oder hast du mein geschenk von mir viel spaß damit wie auch mal das bringt hier irgendwas natürlich jetzt hier regeln mussten laden mal wieder genau das richtige portal was ich ja haben will so genau das war sie nämlich jetzt auch schon wieder so gehen wir mal zurück in die stadt und dann probieren wir es jetzt einfach mal nochmal bei natürlich jetzt in guten knappen zwei minuten das ist natürlich nice so mal schauen nein 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 ich habe ja schnellweise 34 minuten gebraucht für ein anderes also könnte ich locker hier 20 30 mal das ganze ja nicht machen das scheint aber echt mittlerweile irgendwie zu selten zu sein hä voll shit hä sehr schön so da ist das ding wie lange hat es jetzt gedauert eine gute minute ja doch der speicherwohnung schlicht doch einiges an zeit so so da wird der kacke hier der geist des engels ist frei möge er fliegt so weiter ja so weiter ja genau so naja da finde ich halt die zusatz ep nicht beim abschluss von allen dingern äh ich habe nicht genug was zack 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 abgeschlossen fertig so vitale hände ist schon mal besser das nehmen wir dann natürlich ach guck mal hier die nehmen wir auch noch mit vor vor das zu tun ich brauche mehr zeit zack zack Schade, aber nichts brauchbares drin Hätte ja sein können So, der Ding ist behindert Und wieder rein Schauen, nein Gott, beenden, wieder rein Nein Ja, das ist aber echt Der einzige Vorteil, dass der Ladebalken gewaltig schnell ist Nee Also hier Sehr schön Ja, das mit dem Hammer haben sie dann definitiv ausgenommen Nein, das gibt es jetzt hier nicht mehr So, ich würde mal gerne hier das noch einsammeln Danke schön Hätte ich gerade eben eher für die hier erfüllen sollen Egal So, da ist der Ding Zweit Ebene Mit alle abschlachten Ja doch, das geht aber so wesentlich besser Hier mit raus und rein und so weiter Oh, ich bin ja jetzt hier Ähm Mal schauen, halt Bis zum nächsten Mal, ich habe jetzt 22 Minuten Oder 25 Minuten Mit fünf Stück Das hier jetzt ist schon der dritte Run Der Himmel vor allen Feinden zu schützen So Fällig Ich tu ihn im Anderen mit Schade Aber schlechter So Und wieder rein Bei acht Minuten Jetzt Ja doch, das ist wirklich schneller Wenn es gut läuft, sage ich jetzt mal Bin ich so bei zwölf Minuten Bei fünf Runs Nope Na, sagen wir mal 14 Minuten bei fünf Runs Also zehn Minuten kürzer Das ist natürlich dann Summa Summa rum Immer noch der schnellste Weg Jetzt aber Nein Immer noch nicht Na Jetzt habe ich aber gerade wieder Pech hier Ja 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 Nee Das ist jetzt wohl hier Pech No Komm schon Hm Ich danke euch für euer Kopf Nope Nope, nope, nope Gibt es das jetzt? Geht es auch Endlich So Weiter geht es Das waren jetzt eine halbe Minute Nein 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 Aber mindestens so eins, zwei Spezialtypen Das haben wir auch jedes Mal ja will leider schlechter die kommen natürlich jetzt hier mit höherem level kommen die besseren items ist er auch wieder blub blub hey hey nicht genug hm welcher davon ist jetzt eine richtige vitaler Zopf auch besser und nochmal eine truhe sehr schön welches auch grad ich könnte es natürlich auch mal hier den Schwierigkeitsgrad erhöhen glaube ich das dürfte locker funktionieren also zumindest mal zum testen eine stufe höher ich brauche mehr Hass um das zu tun so sehr schön meine Tasche ist zu schwer auch gut kurz zurück verdammte Mist weiter schauen was jetzt hier sinnvolles dabei war hier nichts da ist der Zopf ja na dann na dann hm es ist 44 45 und der hier ist 45 genau lassen wir das jetzt so das passt halt kann der hier noch irgendwas nehmen ja dann den und den so abflug ja ja sind ja noch ein paar Gegner hier über da da haben wir da ist er wieder sehr schön das war das genau das war's auch hm ja gut dann machen wir jetzt das hier wieder beenden ähm Spieleinstellungen Abenteuer genau Akt 4 aber jetzt mal auf schwer 75% mehr Erfahrung klingt natürlich nice ne also los geht's probieren wir uns auf schwer nope so so na na ja fast so jetzt bin ich mal gespannt so jetzt wird sie natürlich immer gefährlicher dann äh weil hier hardcore kommt okay wenn es gut ist dann ist erwartet euch ich brauche mehr Zeit nicht genug pass ne so ne so truhe nehmen wir natürlich hier nur mit na toll kacke so Ebene 2 Bonus Steine als ist shire ein sieht z nach glase black help f Oh ne, ich bin mal hier hinten und baller mal alles raus hier. Bäm, 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 bäm. Ich habe nicht genug Hass. Das werden wir nicht überleben. Richtig. Hm, da ist wieder ein Gegner, kann das sein? Minsternis erwartet euch. Nicht genug Hass. Ich kehre in die Stadt zurück. So, das war das. Auffällig. Nein, schade. Ja. Also definitiv. Aber mit dem schneller. Mehr Runs. Das ist jetzt, glaube ich, der sechste oder siebte oder sowas. Ne. Müsste das sein. Die. So. Dim, 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 dim. Das Wissen über die Zukunft gewährt Macht über Gegenwart. Aus diesem Grunde ist die T-Reihe der Erzengel des Schicksals. Ein wichtiges Mitglied des Rats. Er alleine verfügt über die Fähigkeit, die Fäden des Schicksals zu entschlüsseln. In die himmlische Schriftrolle des Schicksals verboten sind. Sein grenzenloser Blick erlaubt ihm Einsichten, wie andere niemals voll nachvollziehen könnten. Nicht genug Hass. Ich sehe gar nichts mehr hier. Ja, ok. Das war ein würdiger Gegner. Prächtig. Ein bisschen schwerer ist es. Aber noch nicht so, dass ich großartig sterben werde. Finde ich natürlich gut. Ne. T-T-T. T-T. Durch den Erzengel Auri fließt die Hoffnung das Gefüge der Hoffnung. Ihr ewiges Licht erhält selbst die finstersten Seelen. Seit dem Fortgang Malta-Hails ist es an Auri, an Gires Rad zusammenzuhalten. Sollte ihr Licht jemals verblassen, so würde alles im Himmel der Verzweiflung anheimfallen. So kalte Legionen. Die Namen hier, ey. Krass! Weep Veep 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 ne�. Nice Level up! Huh. Eines besseres Item und noch verbessere Seiten. Ja geil. BIGís! Ich habe nicht genug Hass. Okay. Wollte ich mir noch die Gehegehe. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Quatsch. Quatsch. Hm. Aufgelderung. Wunderbar. Abflug. Items sind Kuppen. Ich brauche mal einen Einrun. Mach ich da noch? Ja. Das hier. Brrr. Hm. Okay, das müssen wir jetzt natürlich wieder nicht verstehen. Aber ich lasse jetzt mal den Bogen drin. Das dürfte besser sein. Genau. Haben wir jetzt für dich noch was? Nee. Gott. So. Ach genau. Haben wir ja alles. Kann man ja wieder hier aus. Und wieder rein. Nein. Nope. Ach. Nope. Nope. Ach. Ja. Sehr schön. Geht doch. Hm. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich jetzt gar ein Greif. Okay. Aber jetzt ist der noch weg. Aber wo? Nicht genug Hass. Hm. Der da noch? Ah ja. So, jetzt habe ich glaube ich alle. Moment. Habe ich so gerade richtig gesehen. Nice. Na dann. Ja. Die hier oben ist ganz gut. Bum, 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 bum. Ja, ab, ab. So, ab dadurch. Wieder alles pläten. Na toll. Nicht genug Hass. Schicksalswut. Toll. Aber schlechter. Das war mein Schicksal. Naja, die letzten Runs. Oder generell. Diesen Partier haben natürlich hier jede Menge gute Items bekommen. Also kann ich garantiere, ich rummei gar nicht. Ich habe nicht genug Hass. So, genau. Ach, Level habe ich auch noch drin. Neue Stans. Nicht genug Hass. Ach, wie viel ich habe. Gib den Erzengel Maltei. Einst war er die ruhige, leitende Hand der Weisheit. Doch wir verloren ihn in dem Moment, in dem der Weltenstein verschwand. Nachdem es ihm nicht gelungen war, dieses katastrophale Ereignis zu ergründen, verließ er den Himmel. Sein Weggang hinterließ Eine gewaltige Lücke im Rad Eine Lücke Die bis zum heutigen Tage Nicht beschlossen werden konnte Sehr schön Genau Das war es hier Nur kurz Abflug Scheiß verkaufen etc Ja, aber definitiv So geht das schneller Das ganze Zeug hier zusammen zu bekommen Und natürlich aus Recht hier die 500 Portale abschließen Genau, dann natürlich Wende ich das an dieser Stelle mal nochmal Danke fürs Zuschauen Und bei der nächsten Folge geht es wahrscheinlich hier Richtung Roundabout um die Schufe 50 Und bis dahin, ich wünsche euch was, haut rein Ciao und servus